So hallo, heute noch ein ganz kurzes Video und zwar ich bin gerade dabei die A-Säule vom Bus auszubauen und mir da diverse Schwellerrostlöcher zum Flickern und naja, beim Hochheben des Teppichs habe ich ganz was Besonderes gefunden. Ich zeige es euch einmal. Also wie gesagt, hier ist der Lochfund und ja, ich habe dann hier im Fußraum den Teppich eben zur Zeit und dann lag es da. Warte, ich habe es einmal raus. Ein echtes 2 Mark Stück. Und sogar noch mit unserem Franz drauf. Also das meine ich, das werde ich mir, das werde ich mir anbohren und werde es mir als sogenannte Spiegeltier, glaube ich, werde ich mir das. Ja, also das bleibt im Bus. Das wird verewigt. Das darf hier drin bleiben. Das ist von 1988. Finde ich ziemlich cool. Na ja, sollte ich nur irgendeinen so geilen Fund finden, darfst du das natürlich miterleben. Aber wie gesagt, das kommt und bleibt im Auto. Also bis zum nächsten Mal. Servus. So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es mir einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Oder ein Like, wäre auch ziemlich cool. Und wenn ihr meint, ihr möchtet mein Projekt noch weiter verfolgen, dann einfach abonnieren und nichts verpassen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Servus.